Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs, um zu schauen, was wir noch machen können, aber ich sehe momentan so ein bisschen, dass wir das Problem haben, dass wir die, sag schon, Holzknochen, äh, Holzknochen, die Knochen da nicht kriegen, dadurch können wir nicht weiter ableveln oder unsere Werkbank können wir nicht weiter ableveln, dadurch können wir auch gar nichts weiter bauen, uns ist es dann zu schwierig, also ich bin jetzt so weit, dass wir sagen können, wir müssen Eiktürk oder wie da auch immer heißt machen, um da weiter zu kommen, weil das ist jetzt gerade so unser Problem, das einzigste, warte mal, nee, was war mit unserem Bogen, hat man den schon abgelevelt und, äh, Aufwertung, Bogen, aber der ist schon Level 3, das heißt Level 4 geht nicht mehr, dafür brauchst du eine andere Werkbank, ja, ich glaube, wir sind jetzt durch Lederhelm, da waren Knochen, Keule waren Knochen und Lederhose sind auch Knochen, das ist jetzt gerade nicht so leicht zu schaffen mit so einem Skelett oder sowas, ich denke, wir werden uns Richtung Eiktürk bewegen, das machen wir alles nach dem Intro, ne, bis gleich. So, ich habe jetzt gerade schon mal was gegessen, weil dann müssen wir nämlich mit fit werden, äh, nächste Frage war die, ob ich das Richtige gegessen habe, aber naja, ist es halt so, äh, Gesundheit ist hochgegangen, geht jetzt hoch, sagen wir es so, jetzt müssten wir, warte mal, was bauen wir für Eiktürk, da muss man irgendwie, glaube ich, zwei Hirschdinger mitnehmen, ne, oder was war das, äh, ich nehme sie mal mit, vielleicht gleich, ne, das wäre es gewesen, bin mir jetzt aber nicht sicher, ich glaube, das hat man in dieser Truhe, ne, äh, glaube zwei, okay, zwei haben wir. Ja, da wollen wir doch mal gucken, wie wir das hinkriegen mit dem Kollegen, ne, hatte ich ein Schild, ja, ich habe ein Schild, konnte ich das Schild noch aufwerten, habe ich jetzt gar nicht geguckt, Holzschild, aufwerten, Holz, ne, ist schon Stufe 3, haben wir schon geschafft, okay. Okay, das bedeutet, da müssen wir schauen, wie wir dann weiterkommen, damit keiner hier reingeht, machen wir lieber die Tür zu, ne, macht zwar keinen Unterschied wahrscheinlich, aber naja. Und Eiktürk war da oben, dann werden wir mal schauen, dass wir da hinkommen und gucken, dass wir den aktivieren, das ist gerade hell, das ist nicht schlecht, Sonne scheint, ich hoffe, das klappt alle so, wie wir uns das vorstellen. Ja, ich glaube, Pären können wir noch ein paar mitnehmen. 19, 9 Minuten, 19, ja, sieht nicht schlecht aus. Und den sein Zuhause war hier irgendwo lang. So, wir haben jetzt 96 da links stehen, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, ob 100 Maximum ist, keine Ahnung. Irgendwo ist er. Irgendwo habe ich einen gehört von den Reulingen. Also ich habe jetzt keinen Bock, einen Reulingen hier noch zu haben und dann den Rest auch noch. Oh, das sieht jetzt gerade nicht so doll aus, da runter zu laufen. War das jetzt eine Möwe? Ich glaube ja, ne? Da unten ist noch einer. Aber ich glaube, das war eine, ich sage immer Neck, aber Neck ist das nicht. Da drüben ist es. Jetzt müssen wir an diesem Tal vorbei. Ah, da ist er ja. Den haben wir eben gehört, ne? Gut. Der ist erledigt. So, was ist das? So ein Holzstamm. Ich dachte, das wäre etwas Besonderes. Es ist nicht. Gucken wir mal, dass wir hier außen rum kommen. Ach so, okay. Das ist hier irgendwie so ein Fluss oder sowas. Kann man den andersrum gehen? Muss man wahrscheinlich andersrum gehen, denke ich dann. Da ist irgendwo ein Hirsch. Der war ganz nah. So da. Okay, egal. Unser Ziel ist ein anderes jetzt. Also ein Wildschwein würde ich jetzt noch mitnehmen. Ist es da eins gerade? Ne. Weil Wildschwein brauchen wir ja, ne? Ich glaube, da kommt man gar nicht anders runter. Wo ist er jetzt wieder? Da. Schauen wir mal, dass wir hier runter kommen. Ich glaube, da gibt es immer nasse Füße, oder? Ja, wird wohl nicht anders gehen, dass wir hier runter gehen. Da unten ist so eine kleine Furt, wenn es denn eine Furt ist. So, dann sind wir hier an der Opferstätte, ne? Jetzt muss ich einen Gegenstand anbieten. Das heißt, ich muss was umändern. Tab drücken, ne? Dann geht's auch. Den machen wir mal auf 4. Den Hammer können wir hier, glaube ich, nicht so wirklich gebrauchen. Ich höre schon wieder irgendwie so ein Gräuling. Ist der hier oder ist er nicht? Dann möchte ich den nämlich gerne als erstes kaputt machen. Weil den brauche ich jetzt nicht noch dazwischen. Was gibt es hier zu lesen? Ach so, ich könnte ihn auch da hinten vielleicht aktivieren. Weiß ich nicht. Ja, da sei eine Nachkommen. Jetzt habe ich das Opfer da gebracht. Das ist wohl das Richtige gewesen, ne? So, jetzt müssen wir nur überlegen, was wir gerade machen. 8 und 4 und da ist er. Okay, der hat mir natürlich gleich schon so richtig einen verpasst. Wieso geht jetzt 8 nicht, bitte schön? Ach, Schild ist schon ausgerüstet. Halt, kannst du mal jetzt hier hochspringen? Das geht doch gar nicht hier und ich dachte, ich könnte ein bisschen was sehen hier oder so, aber ist wohl nicht, ne? Wo ist er? Da ist er. Also ich merke schon, dass das nichts wird, weil ich es irgendwie nicht hinkriege, mich zu bewegen, ne? Also ich habe ihn noch gar nicht erwischt, sozusagen. Alter! Nimm mal den Speer und lauf mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich noch gut drauf bin oder nicht, keine Ahnung. Ach, jetzt ist doch ein Gräuling da noch gekommen, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ich habe keine Waffe mehr, kann das sein? Super! So, den bin ich mal los, ne? Halt, stopp, jetzt hau doch mal! Jetzt rutsche ich hier weg und komme nicht hoch, oder was? Ja, sammel du mal noch Holz auf, ey. Das ist genau das, was wir gerade brauchen. Alter, da kommst du nicht weg, ey. Also den Speer habe ich nicht mehr, ne, oder? Und der, ach, weil ich keine Ausdauer habe. Das ist mein Problem gerade, ne? Wo ist er denn jetzt? Schau ich direkt hinter mir, ne? Oh, ich finde, ne? Ich bin da. Oh, ich bin da. Ich weiß nicht wie gut es ist, wie schlecht es ist. Ja, wir beide laufen jetzt immer um diesen Stein, okay. Ich weiß nicht, wie gut es ist, wie gut es ist, wie gut es ist, wie gut es ist. Vielleicht kriege ich den ja mal, ich weiß nicht, ich bin ziemlich gestresst gerade. Der fehlt mir hier noch. Ich weiß nicht, wie gut es ist, wie gut es ist, wie gut es ist. Ich habe keine Dinge ins Ausdauern mehr, das ist mein Problem gerade. Ich habe ihn geschafft, yeah, mir tut der linke Arm weh, glaubt ihr gar nicht. Okay, wow, das war krass, jetzt kommt bestimmt so ein Grünling und haut mich um, wa? Wo ist Hagin? Sprechen wir mit Hagin. Kehre mit einem Wächtertrufe zum Opferstein zurück und bringe den Göttern Opfer, damit diese die wohlgesonnen sind. Okay Hagin, danke. Wo muss ich hin? Zum Opferstein, wo ist der Opferstein? Da, warte da lag auch noch was, aber ich glaube das ist jetzt nicht das Entscheidende hier, oder? Da müssen wir gleich gucken. Ich glaube der hat ganz viele Sachen, ne? Mystische Altargegenstand anbieten. Da müssen wir erstmal gucken hier. Da, da. Escape und vier. Gegenstand anbieten, ist doch vier, oder? Nichts passiert. Ach, das war da oben. Alles klar, jetzt weiß ich wieder, welche Geschichte ist, ne? Ich muss jetzt zu dem anderen Opferstein hin. Hier liegt auch noch was. Bretter. Ich glaube wir müssen, da ist eine Nixe, okay. Ich muss aber nur einfach auf die andere Seite, glaube ich, jetzt gerade. Die Nixe kann ich jetzt nicht gebrauchen. So. So, erstmal nach Hause, denke ich mal. Oder? Wer weiß, wer mir unterwegs noch begegnet sonst, ne? Ich glaube, unser Zuhause ist mehr in dieser Richtung gewesen. Ist schon wieder ziemlich dunkel geworden, ne? Ah, da war ein Vogel. Aber naja, den kriegen wir jetzt nicht. Ah, Wildschweine. Ah, ich sehe es nicht. Wo ist das Wildschwein? Ich sehe kein Wildschwein hier. So ein Shit. Und das geht mir hinten auf den Hacken. Ah, wo geht es denn jetzt hier hoch? Da vorne sind irgendwelche Bräulinge. Jetzt sehe ich es. Ey, das kann ja jetzt nicht sein, dass ich das Wildschwein nicht kriege. Gleich bin ich am Wildschwein gestorben, ne? Warte, das Leder muss ich noch haben. Das ist wichtig. Da war gerade so ein Gräuling, aber mit Blau, ne? Da steigt Dampf aus. Ich glaube, wir gehen mal... Ne, wir müssen eigentlich da lang. Ich weiß es nicht. Wir laufen jetzt mal hier hoch. Der Opferaltar ist doch hier, ne? Okay, das heißt, wir sind jetzt hier. Und wir müssen, glaube ich, da hin. Und hier müssen wir das abgeben. Ne, hier ist es wohl falsch. Hä? Hier war das doch, oder? Warte mal. Warte mal. Irgendwo ist einer. Da. Okay, den haben wir jetzt erwischt. Hier muss man doch... Begrästeter Ort. E. Ort bereitstellen. Ah, das verstehe ich jetzt nicht. Oder ist das jetzt der untere Tisch? Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich ist das da, wo ich zuletzt war, ne? Da unten ist unser Feuer, glaube, oder? Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Tun uns ein bisschen ausruhen. Ein bisschen Stress abbauen. Und dann gucken wir weiter. Na, ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. So, jetzt kann ich auch eine Runde pennen, ne? Das ist erstmal wichtig. Ich glaube, vielleicht wird es dann wieder hell.